Das ist nur so ein ganz kleines Spiel. Ich bin richtig gespannt. Das ist so ein richtiges Trash-Game. Seht ihr? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nice, oder? Wie ein Spoi? Kann ich hier irgendwie irgendwas einstellen? Settings? Will ich das mit der Tastatur spielen? Ja. Settings. Oh mein, das ist so laut! Sound-Effekt! Sound-Effekt! Okay! Schon besser! Das wird so Wildshit! Wartet mal, ich gucke mal eben, ob ich irgendwie den Controller verbinden kann. Das wäre viel cooler, wenn ich jetzt auf dem Controller spielen könnte. Ping passt zu Floschi! Ping, Fluffy, Unicorns! Ja, ich sage ja, das ist so ein bisschen Trashy, aber die sind ja manchmal echt lustig. Put Screen on. Ja genau, so, jetzt sehe ich hier auch mal was. Top! So, Accessibility finde ich sehr nice, dass es das gibt. Okay, so, was müssen wir denn da machen? Ich habe auch keine Ahnung. Start-Game. Let's go! Quick Play. Boah, ich kann es gar nicht lesen. Äh, Episode 1, Episode 2. Okay, wir spielen mal Episode 1. Princess, Princess Farmer, Single Bun, Koop Bun. Ach, das kann man zusammenspielen. Okay, nice. Balanced Bunny. For Bunnies, who like to sometimes go up fast and sometimes take something up with the puzzle. Egal, los geht's. Wir checken das schon, wo es geht. Serious, Tresha. Oh ja, Mann. Diese Geräusche, Shit. Das amusiert mich. Okay, I have to, I guess I have to pick just a few more veggies to harvest for the community. Aha. I wonder if I, blablabla, first I need to pull up each veggie. Ready? Ja, wir sind voll ready. Wir müssen jetzt Gärtnern. Typische Rezo-Geräusche, wie geil, oder? Ja, ich find's auch cool. Ich hab's gefunden und hab gedacht, ihr feiert das bestimmt auch. Ich find's, das ist schon auch lustig. Aber das ist jetzt natürlich nix für zwei Stunden oder so, ist auch klar. Echt jetzt? Warte mal. Was muss ich denn hier machen? So heavy. Just need to take it behind the car, dingens, Brumse, and throw it in here. Also, wir sind irgendwas am Bewässern, oder was? Geht auf jeden Fall mit Controller. Gärtnern oder musizieren? Ja. Ist ein bisschen wild. Guck mal, wir haben Karotte. Vielleicht müssen wir die irgendwie hier reinmachen. Ah ja. Radieschen? Wie hab ich denn das eben gemacht? Richtig cooles Augen-Games-Game. Wieder mal zu allem. Strullert die dahin? Ja, ich weiß nicht genau. Ja. Vielleicht. Die Sounds. Ja. Die Sounds sind der Burner. I like it. Das ist wieder so ein Indie-Spiel, ne? Von so einem Indie-Publisher. Aber ihr wisst ja, wie das ist. Ich mag das hier so gern. Da war das halt so. Ja, mich erinnert das halt an Gameboy-Dingen. So, ne? Irgendwie. Fertig? Oh. Weird. What's Lipstick doing in here? Achso, wir können... Achso, wir gärtnern jetzt mit Lippenschrift. It's so pretty. Das ist bestimmt pink. Wetten. I put an ad in the paper tomorrow in case someone missed it. Okay. Oder? Wir behalten das. Oder wir sagen einfach, oh, es ist so toll und benutzen ihn. Wir benutzen ihn. Los geht's. Okay. Home time. Afternoon. Okay. Let's go. Oh Gott. Es wird wild. Wir sind irgendwo in der Stadt. Mitten in Miami. Mit unseren Karotten und Gradizien. Das ist ein Katzenspiel. Hallo, Benni. Was für Katzenspiel. Nancy. Hallo. Thanks so much. Was ist Veggies? You look exhausted. Ja, weil wir uns voll geschmiert haben mit diesem pinken Lippenstift. So, jetzt müssen wir was antworten. Entweder wir sind total froh, dass wir im Garten sind. Oder? Okay, es war ein bisschen anstrengend und die sind super schwer. Oder? Die Karotten sehen so lecker aus. Wir lieben es. Ne, wir nehmen Karotten. Okay, dann. Äh. Oh, die will uns nicht helfen. Warum? Oh. Okay. Wir sehen sie dann dort. Müssen wir jetzt diesen komischen Wagen irgendwie mitnehmen? Oder können wir einfach weiter über die Karte rennen? Können wir die nochmal anquatschen? Ne, können wir nicht. Schon gekauft? Klar. Sehr lustig, oder? Wo die Liebe entfällt, wirklich. Aha. Was ist das? Wir sind jetzt im Schlaf. Im Traum. Oh, man kann nicht zurück. Man kann nur vorwärts. Mutter Gaia. Willkommen, Princess Farmer. Wer bist du? Du musst zu jemand anderem sprechen. Das ist ein sehr wilder Traum. Wer bist du? Ich bin die Mutter Gaia. Und ich habe schon so, so lange auf dich gewartet. Denn so fühle ich mich auch. To meet me? Show me the charm and I will explain. Was für ein Charme. Du meinst den Lipstick, oder was? Lipstick. Ja, gib mir mal diesen Lipstick. Du bist wirklich ein sehr cleverer Hase. Das ist der royale Lipstick der Stärke. Der royale Lipstick der Stärke. Einer von den royalen Guardians. haben das irgendwann mal gecraftet. Wer von den Mods wandert jetzt? Ich glaube, ich störe bei den Tod. This is chosen to be with the next Princess Farmer. Okay. Aha. That sounds like a lot. I'm really not at all strong or clever. This is amazing. Okay, wir machen einen auf. Wow, this is amazing. I'm so happy to see you. So excited. Seht ihr, war gut. So, was soll ich nun tun? Geh jetzt mal da lang und versuch mal deine neue Stärken. Okay. Oh Gott, ich weiß gar nicht, ob ich dafür bereit bin. Leads away, pretty dream lady. Zeig mir den Weg, oder? Was habe ich gegessen? Bevor ich ins Bett gegangen bin. Laschkekse offensichtlich. Zeig mir den Weg. Los geht's. Gummis, Gummis. Ey. Ich finde es auch geil, wenn du nach Reifen suchst und dein Ding sagen, beziehungsweise vorgeschlagen werden. Ist das so? Das habe ich noch nicht ausprobiert. Das ist ja lustig. It's time to get harvesting. Okay. Bin ich wirklich eine Prinzessin? Nein, wir sind eine Königin. Ich weiß nicht, wie man eine Prinzessin ist. Ich mag es, wenn du mich so nennst. Ich mag es, wenn du mich so nennst. Könnt ihr eigentlich was alles lesen? Nee, ne? Ihr seht gar nicht alles. Sorry. Wartet kurz. So, so ist besser, ne? Das seht ihr auch alles. So, als erstes zeigst du mir mal, wie du durch das Feld hier irgendwie rennst. Can you move to right for me a few times? Einfach nach rechts rennen. Okay, ja, kommen wir hin. Move right or left. Zeig uns jetzt erstmal, wie es geht. Das Tutorial. Finish Request. Go. Wundervoll. Jetzt andere seid ja wahrscheinlich. Okay, so. Jetzt kommt der lustige Part. Fünf Vegetables hochziehen. Okay. Press up on the D-pad. X-Button. Okay. Das Candy Crush. Candy Crush auf Wish bestellt. Ah, das ist... Ah. I'm so strong. Und jetzt? Und jetzt müssen wir die wieder reinstecken, oder was? Ah, ich verstehe. Also passt auf, das funktioniert folgendermaßen. Man kann fünf Früchte tragen, muss dann aber wieder welche in die Erde stecken. Und dann ist das quasi wie Slots im Prinzip. Dann müsst ihr das Gleiche finden. Um Punkte zu machen. Also so rum, als auch so rum, offensichtlich. So. Jetzt können wir wieder welche rausziehen. Hooray. Okay, das war aber Zufall. Hat eigentlich einer eine Ahnung, wann die Favoritzie-Bilder veröffentlicht werden? Ja, habe ich gestern nachgefragt. Erzähle ich dir später. Ja. Ja. Mother Gaia. Interessanter mythologischer Name. Ja, siehst du doch, ist das die Mutter Erde hier Dingens-Bummens, ne? Ich stehe drauf. Es ist wie Candy Corn. Ey, es gibt Steam-Erfolge! Darksees, Steam-Erfolg! Das waren kurz auf Toilette und dann sowas. Ey, es ist so wild. Ich glaube, ich habe ein neues Angebot. Neues Avatar. Lol. Hitchi, was hast du denn da wieder gepostet? Mutter Erde, ich bin erstaunt, dass du das wusstest. Natürlich. Das wusste ich. This is your bunny. She can move to the side. She can pull up veggies. Carry five. Dann kann sie sie wieder in die Erde stecken. Mehr als drei oder mehr miteinander verbinden. Oder man kann auch einen Stein runterschmeißen, um sie aus dem Weg zu machen. Have fun. Okay. Können wir das nochmal machen? Das war lustig. Good morning, Princess Farmer. You had my dream. Der royale Lipstick, der Stärke. Ich finde das einfach so geil. Komm, mit dir. Okay, der royale Lipstick hat mich gerufen. Ich dachte, es war nur ein Traum. Komm, wir wollen weitermachen. Ich komme mir vor wie damals. Travel plans. Okay. Exploration on the screen. Puzzle screen. Nee, ich will es jetzt nochmal machen. Let's go. Damals im Ferienlager? Wenn wir geschehen könnten, behälte ich jetzt Lachkraft. Ey. Wunderbann. Okay. Gib mal Gadget. Eieiei. Diese Farben. Habt ihr alle schon irgendwie so Probleme mit den Augen? Oder geht's noch? Damals im Ferienlager? Ja. Score as fast as you can. Oh Gott. Die wissen schon, mit wem die hier reden. Okay. Boah, ist gar nicht so einfach, Chat. Muss viel nachdenken. Das ist nicht das richtige Spiel für mich. Versteht das nicht mit dem Ding da an der Seite? Gleich haben wir den Highscore geknackt. Jawoll. We did it. Steam Erfolg. Ah. Wenn es ein Brennen in der linken GNF normal ist, dann geht es noch. Echt wild. Kennt man doch von Game of Color. Das sieht doch genauso aus. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Hallo, MacEllen. Also es ist schon wild, ne? Es ist schon wild. Also irgendwie witzig, weil es so trashy ist, aber irgendwie wild. Perfekt. Ich sehe schon morgen, spielt die ganze Community das? Oh, hier ist dein erster Kunde. Pay attention. Okay. Was will der denn? Will der was verkaufen? Verkauft haben? Aber der will Möhren. Ach so. Wir müssen den Vieh da füttern. Let's go. Okay. Vieh füttern. Krimen. Diese Geräusche, Mann. Ich sterbe gleich. Ach, jetzt verstehe ich auch. Das da an der Seite, das sind die Dinger, die ich trage. Damit man das sieht. Ich bin immer am oben am gucken. Deswegen funktioniert das auch nicht. Ich sehe, ich kann es sehen. Ich sehe, ich sehe, Wee, Kenny Crush! Vor allem, weil es so super dezent ist! Community-Game! Ja, man kann es zusammenspielen, ist echt so! Ich weiß doch nicht, was man da genau zusammenspielt, aber geht! So lustig, das Game! Sieht aus, als wäre das Game unter Einfluss worden? Ja, vielleicht! So von den Farben, ja, so ein bisschen, naja, find's irgendwie süß! Saito ist einfach nur so ein bisschen trashy, ne? Aber ist egal! Ha! Guck dir das an! Bam! Das ist echt wie Kenny Crush! Diese Geräusche machen rein voll happy! Huesehü müi! Bambi论! die rechte leiste ist das was ich trage pass auf jetzt kommt unten auf dem blauen kommt jetzt eine möhre jetzt kommt so ein radieschen dann kommt so ein radieschen mit kreisel und dann kommt so eine weiße möhre schau hast du gesehen wohnung dann die animals looks so happy ach so das hat sie sich gewechselt dass wir müssen na gut die animals waren so cute die tiere man kann die zeit bieten anscheinend unterbieten naja voll komplex das spiel voll ja ja weißen möhren rettich genau rettich sieht so witzig aus was das das großbau häuschen noch mehr steam erfolge meine güte also das hagelt sich aber an steam erfolgen ist so verrückt wie das war schon kapitel 1 oder ist das spiel ja gar nicht viel spielzeit das war schon kapitel 1 wir sind schon ready mit 1 und es gibt 9 super also ja die mucke hei oder quick play das geht auch das was er machen quick play random was passiert dann ich feiere ich so jetzt hätten wir den game boy aus dem keller gekramt make matches ach so man braucht nicht story spielen man kann auch einfach hier ich verstehe let's go einfach nur dasselbe aber ein bisschen größer was passiert hier nix das schließt anscheinend ja was passiert denn mit den mit den kann man die auch zusammen machen wahrscheinlich nicht diese bälle da die da das ist irgendwie unterschieden was der gipur erfolge was können wir denn hier mit machen frage ich mich mit diesen ah zwei zusammen machen ah smash ich zie ich zie kann ich nicht mehr untersmischen ich dachte man kann ihn runter dadurch geht er wieder runter ich verstehe z jetzt Das war's. ich weiß gar nicht auf welcher seite ich hier zuerst irgendwie anfänger jetzt wirklich game over ich finde es soll knuddelig wenn unsere königin auf prinzesse war guckst du guckst du ich bin vielseitig begabt aber weiter runter drücken kann ich das jetzt nicht irgendwie da jetzt haben wir jetzt haben ein problem das war's und es gab auch ein steam erfolg spannend selber schönen tag gute fahrt weiterhin genau gute fahrt weiterhin kommen gut heim schon witzig oder irgendwie so trashiges spiel ich weiß auch nicht ich hatte irgendwie bock drauf einfach mal da rein zu gucken einfach nur so kann man ja mal machen zwischendurch mal starten so was so so